so hallo wir machen weiter bei mario maker 2 und das erste was wir tun ist wie immer auf den stern drücken oha kaiser von noobs best of rasierer hat was gebaut katze level 2 von joris ok cool ja das sind die zwei also ein sehr schönes level und eins von rasierer ok let's go 100 prozent abschlussrate die kann ich wieder kaputt machen ja nur mit katze und münzen ok wobei vielleicht kann ich die nicht mal kaputt machen weil dann kann ich auch gar nicht sterben außer ich lasse die zeit ablaufen nein das machen wir natürlich nicht gut schauen uns das mal an so das katze und da sind münzen und ob da ist eine ansteiger ein anstieg ist ja auch ansteiger hoch zu laufen so wir nehmen natürlich alles mit was wir hier kriegen können hier können wir uns dann schützen wenn es mal regnen sollte beziehungsweise schneit ja auch schon hier kann man sich dann schützen so mehr geld geld ist gut immer mehr geld und da wir eine katze sind können wir uns natürlich das ziel ganz oben schnappen so einfach geht das sehr schön ich wusste immer noch ein bisschen aber gefühlstechnisch geht es mir schon wieder ganz normal es ist nur noch so nach außen rumgehust und rumgeschnupfe aber an sich ist alles in ordnung jetzt hätte ich fast hier vor lauter rumgerede einfach hier was gedrückt ist natürlich ein toll geben so jetzt holen uns den rekord 6933 jetzt muss ich die höhle leider unterwegs einfach mal liegen lassen aber das werde ich wohl nicht schaffen 6933 293 könnte knapp sein oh yes alles klar sehr schön so gefällt mir das okay gut dann ne ich will die star coins nicht ganz überhalten ich will das level schaffen kaiser von noobs best of es wird das wird nicht gut gehen das wird nicht gut gehen ich werde mich vielleicht 20 minuten jetzt damit beschäftigen aber nicht länger ich will hier keine zeit verlieren so wir starten mit einem shell jump das kriege ich hin aber das ist jetzt natürlich blöd dass der warum hier hier einfach ein block ein freundlicher rassierer block und dann kann man muss man nicht neu starten wenn man es versorgen das wäre schon mal spieltechnisch gameplay technisch so viel angenehmer wenn man hier einfach direkt nochmal einen versuch hätte so was soll ich hier tun ach so das nicht im grunde war ich ja auch einfach ein shell jump hoch ja aber hier zum beispiel kann ich jetzt halt hier kann ich immer wieder versuchen und das ist das schöne außer ich werde halt von dem fisch erwischt unten dann kann ich es nicht immer wieder versuchen also ach so da oben ist die star coin und oh jetzt kommt da raus da muss ich ein bisschen aufpassen und ah ah so was so was ganz gut so was ganz gut ah fast aber da oben ist die star coin also auf der linken seite da will ich nicht hin ich will weiter ach warum nicht da unten auch so eine wand das wäre so viel angenehmer vom spielerischen her jetzt muss ich jedes mal neu starten wenn ich den verhaue ja ungefähr so direkt weiterspringen dann ist das eigentlich ganz normaler shell jump dass ich neustart muss wenn ich sterbe ist klar aber das das hier unten ärgert mich so da war ich habe ihn doch jetzt mehrmals geschafft nein was macht man es ist mal so komisch wenn man ihn manchmal schafft hat man so das gefühl okay man hat verstanden wie die dinger funktionieren und dann dann kommt aber plötzlich wieder so der moment wo es ganz oft nicht klappt das ist dann immer man ich hätte nicht so hoch springen dürfen jetzt es gibt es doch nicht so kriegen wir den bitte jetzt auch hin nein nein yes so was kommt jetzt da also kommt ein pilz will ich den pilz wenn er da ist okay da kommt überall der ist also praktisch der kommt da immer wieder raus ich muss blauen und off finden äh in blauen und off quatsch was ist hier unten ah wo soll ich das denn wissen Hilfe ja jetzt weiß ich das okay aber dann soll ich den jetzt da runter schubsen und dann sozusagen hä aber ich weiß noch gar nicht ne also da komme ich unbeschadet nicht durch ne das wäre das wäre cool aber ich muss da unbeschadet durchkommen das ist ein geräusch erkennen oder wie was und pilz mitnehmen muss ich da irgendwie sowas hier ach ich kann das nein oh nein ich bin so blöd ich kann das ja runter schmeißen ohne ihn zu schießen verdammt trotzdem komische stelle irgendwie i don't know ach komm jetzt wie lang ist das ding achso es hat noch keinen abschluss müsste das jetzt wieder raus gehen um zu gucken wie lange er dafür gebraucht hat ach jetzt lass mich doch da hoch jetzt lass mich doch da hoch Mensch nein nein alter alter jetzt bin ich wieder komplett lost hier alles klar so dann klappt es manchmal einfach zweimal hintereinander und danach wieder gar nicht mehr das ist das was ich überhaupt nicht verstehe so wir sind wieder oben ich meine die resetter ist ja super nett aber trotzdem verstehe ich nicht woher ich wissen soll wann der jetzt losläuft ja jetzt noch nicht aber das reicht doch auch nicht selbst wenn ich weiß wann der losläuft ich komme doch da nicht wie soll ich denn hier den bild ist das merkwürdig oh mein gott okay das ist weiterhin reset wenn ich das jetzt mit den goombas versaube habe ich weiterhin die möglichkeit zu resetten wow aber das wird auch unangenehm ne vor allem ich werde halt im goomba drin landen und da oben ist aber dann der checkpoint okay aber schön dass man da resetten kann schade dass hier halt dieser sprung am anfang da wäre eine wand eigentlich zu den das würde halt zu den anderen sachen hier passen überall kann ich neu ansetzen wenn ich es versaube aber den ersten sprung nicht das ist ein bisschen komisch ach mensch so gut dann haben wir das jetzt auch geklärt wie das hier funktioniert nein noch mal noch mal noch mal so ist da eigentlich irgendwie irgendwas spannendes oder warum sind das genau drei flächen ach egal na ich glaube es ist verdammt wie man es war wieder der dritte es kann doch nicht so schwer sein diese goombas da abzuspringen das kann doch nicht das problem sein nein 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 immer noch nicht immer noch nicht aber es gibt es doch nicht nein immerhin sterbe ich nicht so aber man könnte sogar von hier drüben glaube ich die die coin einfach holen so eigentlich muss ich da gar nicht warten der kann ja auch einfach so runterlaufen so 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 wie macht ah ich habe noch keine gute strategie hierfür nein nicht wieder hier vorne jetzt Zeit verlieren äh ja ok cool es gibt es doch nicht man na oh mein Gott da hätte ich mich fast gekillt das wäre nicht so cool gewesen na ja wir probieren es nicht aus so so na das ist nicht das problem das ist schön aber das ist das problem na ha ich muss zur anderen Seite weil wenn ich ich habe ich verstehe nicht warum das so schwierig ist ich stelle mich da doch nur an die goombas sind doch nicht das Problem eigentlich ich muss irgendwie dann noch zur anderen Seite weg damit der mich nicht mehr erwischt weil jedes mal erwischt mich der dritte spätestens die sind halt immer alle an der gleichen Stelle wow hoi oh komm jetzt hör heil auf Alter was mache ich denn falsch manchmal ich weiß doch eigentlich wie es geht sollte man meinen halt ich denke jedes mal ich kriege ihn jetzt und dann kriege ich ihn nicht das fühlt sich ganz komisch an wenn man denkt jetzt passt es und dann passt es doch nicht ja ich glaube ich ich bin Mann Mann! Dann passt es plötzlich auf Anhieb. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. So. Lauf los jetzt. Wait, aber wenn ich zurückgehe, dann stelle ich doch den On-Off um. Oh mein Gott. Ne, das geht auch... Hä? Achso, ne, das geht nicht. Ich kann den Pilz nicht behalten. Aber ich muss gar nicht mehr den Sprung machen. An sowas hat er auch gedacht. Ich kann mir jetzt zwar den Pilz hier holen, aber... Ich kann ihn zum Beispiel nicht hier runter. Ach, da ist sowieso... Ah, da ist sowieso so eine Plattform. Ah, das hat er ja sich geschickt überlegt, tatsächlich. Ja, okay. Ah, ja, ja, ja. Hat er mitgedacht. Aber wie gesagt, man stirbt halt eh meistens an den Fächern da oben. Und dann ist egal, ob man... Wie mache ich das? Wie mache ich das mit den Goombas? Es ist doch zu individuell, um es ordentlich zu planen, irgendwie. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe gehofft, ich komme zum Checkpoint, aber... Ich will mich jetzt auch nicht noch länger damit aufhalten. Ja, dann spiele ich in der Zeit lieber irgendwelche Level, wo ich vorankomme. Und nicht... 20 Minuten lang an einer Stelle sitze. Das funktioniert halt einfach nicht, wenn man keine Zeit hat. Ah, ja. Na, jetzt spielen wir es noch einmal bis zu den Goombas und dann, äh... Soll es das gewesen sein. Mit dem Level hier. An sich cooles Level soweit, aber ich kriege halt... Ich kriege halt... Ich... Ich habe die Zeit nicht, um die Goombastelle zu spielen. Sagen wir es einfach so. Mist. Und es sind, glaube ich, nur drei oder vier. Es sind nur vier von diesen Sprüngen. Ich kriege es halt nicht hin. Und dann kommt der Checkpoint. Vier Stück. Vier Stück zum Glück. Oh, ich kann natürlich... Okay, ich könnte natürlich mit dem, äh... Mit den Invisible Frames die ersten zwei Sprünge mir direkt abkürzen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das probieren wir jetzt noch einmal. Ich bin ja gleich wieder da. Oh, vielleicht könnte ich sogar noch mehr abkürzen. Ist die Frage, wie schnell ich da hochkomme. Das ist schon kritisch. Ich glaube, der Viertel spätestens würde mich dann immer noch killen. Nein? Aber dann hätte ich nur noch zwei Sprünge, die ich noch schaffen. Huch! Die ich noch schaffen muss. Das ist es. Habt ihr gesehen, wie schnell ich da hoch bin? Es ist nur noch der obere, der da fehlt. Aber wenn wir es jetzt zumindest noch zum Checkpoint schaffen würden. Aber ich will die auch machen, aber ich kann... Und ich weiß nicht, was noch alles kommt. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Ob das dann für den nächsten Part akzeptabel ist, sodass es anschaubar wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Mist. Halt. 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 Ah, was war das denn jetzt wieder? Mann, oh. Ach, Mann! Ah, ich, ich, ich muss abbrechen. Es wird, es wird zu lang. Ich kann, ich kann das nicht. Zeitlich ist nicht, ist nicht drin. Wir gucken mal, wie das ganze Ding aussieht. 2,17. So, wir können es ja so grob anschauen. Das ist ja das Schöne. Da sind die Goombas und dann kommt hier, keine Ahnung, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Da ist eine Shell, die soll ich dann da gegen das Ding... Ich kann nicht noch weiter ran zoomen. Nein. Aber da ist eine Shell, die soll ich dann hier gegen den Pfeil schmeißen, der da oben ist. Was ist das hier? Und dann geht es irgendwie da... Das ist aber nur für die Münze. Die brauche ich nicht. Aber da unten darf ich praktisch auch nicht. Ich glaube, da muss ich irgendwie so einen Drop machen. Das kann ich dann eh nicht ordentlich. Und dann geht es da in die Tür. Gut, dann weiß man nicht, was hinter der Tür ist. Vielleicht führt die da einfach hier runter. Kann ja sein. Dann kommt hier nochmal irgendwas. Das scheint es dann schon gewesen zu sein. Das ist nicht lang, das Level. Das ist nicht lang. Aber ich habe die Zeit nicht. Es tut mir leid. Dann spiele ich halt lieber... Also, ich könnte jetzt natürlich noch eine Stunde das hier spielen. Aber ich will halt auch nicht nur eine Stunde dieses Level hochladen. Weil ich will ja was spielen, was ihr anschauen wollt. Und ich glaube nicht, dass ihr das alles anschauen wollt. Ähm. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal vielleicht mal wieder ein bisschen mehr so die Beliebt-Level an. Und guck mal. Oder vielleicht ein Neulevel. Das finde ich immer ganz lustig, wenn man irgendwas da schafft. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.